Das ist Momo. Momo ist die Hauptfigur aus dem gleichnamigen Roman von Michael Ende. Was die kleine Momo konnte, wie kein anderer, das war das Zuhören. Wirklich Zuhören können nur recht wenige Menschen. Und so wie Momo sich aufs Zuhören verstand, war es ganz und gar einmalig. Sie saß nur da und hatte einfach zu. Mit aller Aufmerksamkeit und aller Anteilnahme. Momo stand Patin bei der Namenswahl von Wiens mobilen Kinderhospiz und Kinderpalliativ Team Momo. Aufmerksames Zuhören ist uns in der Betreuung und Begleitung der Kinder und ihrer Familien besonders wichtig. Die Mitarbeiter aus den Bereichen Medizin, Pflege, Psychologie und Sozialarbeit unterstützen die Familien bereits ab der Diagnose, manchmal ein paar Tage, aber auch Monate oder Jahre. Die ehrenamtlichen Hospizbegleiter begleiten in ihren wöchentlichen Besuchen den Alltag der Familien. Die Betreuung erfolgt individuell ganz nach dem Bedürfnis der kleinen Patienten und ihrer Familien. Die Betreuung erfolgt individuellen Besuchen.